Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Titel Irlmeiers Prophezeiungen und die moderne Kriegsvorbereitung. Dieses Video ist der Auftakt unserer thematischen Videoreihe, die sich in mehreren Teilen der Vorsorge und Vorbereitung in Krisenzeiten widmet. Wir untersuchen in diesem Zusammenhang, ob und inwiefern der Einfluss von Alois Irlmeiers Prophezeiungen auf die moderne Krisenvorbereitung spürbar ist. Und nun geht's los mit dem Video. Um die Prophezeiungen von Alois Irlmeier richtig zu verstehen, folge uns auf eine interessante Reise. In Band 1, die letzten Tage, die Heerwürmer, die Finsternis und das Schicksal der Deutschen. Band 2, Beweise seiner Gabe, ein Buch voller Beweise, von Zeitzeugen bis hin zu Gerichtsurteilen. 2025, die Endzeit, im Band 3. Blicken wir auf das, was kommt. Diese drei Bücher bieten Ihnen die einzigartige Gelegenheit, das Wissen und die Orientierung zu gewinnen, um das Kommende besser zu verstehen und vorbereitet zu sein. Wer die Botschaften Alois Irlmeiers ernst nimmt, wird erkennen, wie wertvoll seine Prophezeiungen sind für die Herausforderungen unserer Zeit und für das eigene Überleben. Mit scharfem Blick durch den Nebel der Zeit sah er die Tage, die die Welt entzweit. Irlmeiers Prophezeiungen und die moderne Krisenvorbereitung Alois Irlmeier hat durch seine eindringlichen Prophezeiungen über einen Dritten Weltkrieg, aber auch über Naturkatastrophen und gesellschaftliche Umwälzungen einen bleibenden, ja sagen wir mal, faszinierenden Eindruck entfacht. Besonders unter Menschen, die sich aktiv auf Krisensituationen vorbereiten, finden seine Vorhersagen bis heute Beachtung. Seine Visionen von apokalyptischen Szenarien, wie der vom Dritten Weltkrieg, der dreitägigen Finsternis oder einen umfassenden wirtschaftlichen Kollaps, werden in bestimmten Kreisen als Inspiration für Krisenvorsorge und Strategien herangezogen. Diese Analyse untersucht, wie Irlmeiers Prophezeiungen moderne Konzepte der Krisenvorbereitung beeinflusst haben könnten und in welchem Maße sie mit aktuellen Strategien zur Prävention und Bewältigung von Krisen übereinstimmen. Irlmeiers Prophezeiungen und ihre Kernaussagen Irlmeier schilderte ausführliche Szenarien eines Dritten Weltkriegs einschließlich der drei Heerwürmer, die die Bewegungen feindlicher Truppen in Deutschland beschreiben, sowie eine weltweite Katastrophe, bekannt als die dreitägige Finsternis. Neben der Finsternis warnte er aber auch vor wirtschaftlichen Zusammenbrüchen und sozialen Unruhen im Vorfeld der anderen Szenarien. Diese apokalyptischen Bilder haben in der heutigen Zeit in der Sorge über Klimakatastrophen, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Instabilität eine neue Dringlichkeit erlangt. Viele Menschen sehen in Irlmeiers Vorhersagen eine prophetische Warnung, die auf moderne Entwicklungen übertragbar ist und richten ihre Vorsorgestrategien dementsprechend aus. Seine Warnungen vor der dreitägigen Finsternis, etwa das Verdunkeln von Fenstern, die Nutzung von Kerzen und die Lagerung von Wasser und Lebensmitteln, werden von einigen Menschen als praktische Anweisungen interpretiert. Und interessanterweise spiegeln sich diese Maßnahmen in den Grundprinzipien der Krisenversorge wieder, die auch von staatlichen Institutionen empfohlen werden, etwa von dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, auch genannt BBK. Die Parallelen sind sehr auffällig. Das BBK rät Bürgern beispielsweise, Vorräte für mindestens 10 Tage anzulegen, eine Notfallapotheke bereit zu halten und sich auf mögliche Stromausfälle vorzubereiten. Viele verbinden diese allgemeinen Empfehlungen mit Irlmeiers spezifischen Vorhersagen, die als Warnung vor künftigen Ereignissen dienen sollte. So finden sich in einigen einschlägigen Internetforen Diskussionen über seine Visionen und deren Relevanz für die heutige Zeit wieder. Einige davon sehen in seinen Vorhersagen eine Art Handbuch für das Überleben in extremen Krisenzeiten. So ist die Vorhersage der dreitägigen Finsternis eines der bekanntesten und kontroversesten Elemente von Irlmeiers Prophezeiungen. Während Wissenschaftler diese Vision eher als metaphorisch oder symbolisch betrachten, sehen einige darin eine konkrete, unreale Bedrohung. Dieses Szenario wird mit verschiedenen aktuellen Risiken verknüpft, darunter großflächige Stromausfälle, sogenannte Blackouts, Umweltkatastrophen oder sogar Angriffe mit chemischen oder biologischen Waffen. Interessanterweise ähneln einige der von Irlmeier vorhergesagten Maßnahmen gegen die Finsternis den heutigen Vorbereitungen für einen möglichen Blackout. In beiden Fällen werden die Lagerungen von Wasser und Nahrungsmitteln das Bereithalten von alternativen Lichtquellen wie Kerzen oder batteriebetriebene Lampen empfohlen. Diese Ähnlichkeiten zeigen, wie flexibel und zeitlos doch Irlmeiers Vorhersagen sind. Sie passen auf verschiedene Krisensituationen und bieten einfache, aber effektive Handlungsempfehlungen. Ein weiteres, oft zitiertes Thema von Irlmeiers Prophezeiungen ist der wirtschaftliche Kollaps. Er beschrieb auch eine Zeit, in der das Geld immer mehr an Wert verliert und durch die Inflation die Menschen schwer im alltäglichen Leben in Bedrängnis bringt. Diese Prophezeiungen haben in einer Zeit, die von Inflation, Lieferkettenkrisen, geopolitische Spannungen und Insolvenzen geprägt ist, eine Relevanz gewonnen. Besorgte Menschen sehen darin eine Bestätigung ihrer Strategie, sich unabhängiger von traditionellen Versorgungsketten zu machen. Viele setzen daher auch auf Selbstversorgung durch eigene Lebensmittelproduktionen, etwa in Form von Gartenbau oder Haltung von Nutztieren oder simpel einfach Brotbacken. Auch staatliche Institutionen greifen diese Aspekte sicherlich aus anderen Gründen auf. In Krisenplänen wird zunehmend betont, dass die Bevölkerung nicht nur Vorräte anlegen, sondern auch grundlegende Fertigkeiten wie das Kochen ohne Strom beherrschen sollte. Zitat aus der Broschüre des BBK zu Stromausfällen. Um die Auswirkungen eines Stromausfalls für den Einzelnen zu reduzieren, sollte sich jeder Haushalt so vorbereiten, dass der einige Tage ohne Hilfe von außen auskommt. Legen Sie ausreichend Vorräte an Trinkwasser, Lebensmittel und gegebenenfalls Babynahrung sowie Hygieneartikel an. Das Licht von Kerzen und Taschen und Campinglampen mit den erforderlichen Batterien und Gaskartuschen ist nicht nur romantisch, sondern kann im Ernstfall dafür sorgen, dass Sie sich zu Hause auch nach Einbruch der Dunkelheit noch sicher orientieren können. Mit einem Campingkocher können kleinere Mahlzeiten zubereitet werden. Zitat Ende. Für diejenigen, die mich kennen oder besser kennen durch die Videos, wissen, dass jetzt wieder ein Kommentar kommt. Also eine offizielle Stelle, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, also BPK, sagt uns, wir sollen also Kerzen bereithalten, denn es ist ja nicht nur romantisch, sondern im Ernstfall finden Sie sich auch daheim zurecht. Diese Aussage ist nicht nur dekadent, arrogant und gegen den Bürger eigentlich eine absolut freche Aussage, sondern zeigt, dass manche einfach nur einen Kopf haben, damit es nicht in den Hals reinregnet. Denn ich empfinde es nicht lustig oder auch freundlich, wenn man mir sagt, ich solle also für Nahrung und Wasser sorgen und natürlich auch für Kerzen und es ist ja auch romantisch, alles in Ordnung also. Sorgt ihr mal dafür, dass wir keinen Stromausfall kriegen, dann brauchen wir auch keine Kerzen, zumindest nicht in dem Fall. Und da wundern sich Politiker und Beamte, warum man mehr und mehr einen Hals gegen diese Art von Personen entwickelt und sich die Bevölkerung nach und nach aufstellen wird. Hier überschneiden sich also die Vorstellungen von Menschen, die Eigenvorsorge betreiben, mit den Empfehlungen staatlicher Krisenvorsorge. Während also Irlmeiers Prophezeiungen viele Menschen dazu anregen, sich intensiver mit Krisenvorsorge zu beschäftigen, gibt es aber auch kritische Stimmen. Einige Menschen warnen davor, dass das blinde Vertrauen in seine Visionen nur Ängste schüren und zu irrationalen Entscheidungen führen könnten. So, dass Menschen unnötig Geld in übertriebene Vorsorgemaßnahmen investieren oder sich auf unwahrscheinliches Szenario fokussieren, während sie reale Risiken wie den Klimawandel oder Cyberangriffe vernachlässigen. Das erscheint aber angesichts der vielen Vorhersagen Irlmeiers, die bereits eingetroffen sind vor allem, eher als Realitätsverweigerung, so nenne ich es jetzt mal einfach frech. Ein weiteres Problem ist die Tendenz, Irlmeiers Prophezeiungen als unumstößliche Wahrheit zu betrachten, ohne auf die jeweiligen aktuellen Entwicklungen zu achten. Insgesamt haben Irlmeiers Vorhersagen unser Bewusstsein für reale Gefahren eher geschärft. Darin liegt auch eine gewisse Chance, indem Menschen angeregt werden, über ihre Sicherheit und Versorgung selbst und eigenständig nachzudenken, können sie sich besser auf die verschiedenen Krisen vorbereiten. Fazit Irlmeiers Prophezeiungen haben zweifellos Einfluss auf die moderne Kriegsvorbereitung. Seine detaillierten Warnungen über einen kommenden Dritten Weltkrieg sind angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen mehr als real und nicht von ungefähr gehen öffentliche Stellen wieder vermehrt dazu über, uns als Bürger für die Notwendigkeit, sich selbst Notfallreserven anzuschaffen, zu drängen. Komischerweise tut der Staat aber zum Beispiel das Waffengesetz immer mehr und mehr verschärfen, sodass wir uns nicht mal mehr mit dem Messer wehren könnten, weil wir dürfen ja nicht mal mehr ein Messer einstecken. Essen und Trinken ja, aber Selbstschutz nein. Irlmeiers Vorhersagen dienen vielen als Symbol für die Notwendigkeit von Resilienz und Selbstversorgung. Für uns hat Irlmeier durch seine visionären und prophetischen Vorhersagen einen wichtigen Diskurs angestoßen, der sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Strategien zur Krisenversorge bereichert. Leider sorgt der Staat aber gleichzeitig nicht dafür, dass ausreichend Mittel bereitgestellt werden, um auch Bürger mit geringen Einkommen, wie zum Beispiel Sozialhilfeempfänger oder Menschen mit niedrigen Verdiensten oder auch Rentner in der Lage zu versetzen, selbst Vorräte für 14 Tage oder gar drei Monate anzulegen. Der Zeitpunkt zum Einstieg in eine solche Vorbereitung ist nun wirklich viel zu spät und ohne ausreichende finanzielle Mittel wird es äußerst schwierig für Geringverdiener oder eben Bürgergeldempfänger oder eben auch Rentner, die eben wenig Rente bekommen, zumindest für die Grundversorgung überhaupt zu sorgen. In unseren kommenden Videos zeigen wir auf, was alles für die einzelnen Situationen benötigt wird. Das kommende Video zum Auftakt bietet erstmal die Möglichkeit, die Übersicht der verschiedenen Szenarien anzuschauen, bevor wir dann tiefer in die einzelnen Szenarien eingehen und euch genau sagen, was ihr euch kaufen solltet. Zum Abschluss möchten wir euch noch einmal auf unser Ehlmeyer Gewinnspiel auf unsere Webseite future-whispers.de aufmerksam machen. Für wahre Ehlmeyer-Fans, die die Ausgabe von Blick in die Zukunft aus dem Jahr 1961, ein bedeutendes Zeugnis seiner visionären Prophezeiungen, die noch zu seinen Lebzeiten von Konrad Adelmayer als Verleger aufgezeichnet und zwei Jahre später, 1961, veröffentlicht wurden. Dieses Originalbuch oder Heftchen, weil es ist ein bisschen übertrieben als Buch zu bezeichnen, könnt ihr bei uns, bei dem Ehlmeyer-Gewinnspiel gewinnen. Hierfür wünsche ich euch viel Glück. Macht mit und meldet euch an. Außerdem freuen wir uns, euch mitzuteilen, dass die Musik-CD, Echo der Zeit, in unserem Shop wieder verfügbar ist und das neueste Buch 2025, die Endzeit, ebenfalls ab morgen bei uns im Shop erhältlich sein wird. Und auf Wunsch von Anke habe ich euch einen Adventskalender erstellt, der mit tollen Preisen gefüllt ist. Ab den 1. Dezember geht's los, auch hier auf unserer Internetseite future-whispers.de Wir freuen uns darauf, wenn ihr zahlreich mitmacht und viel Glück. So, das war's jetzt mit dem Video. Ein herzlicher Dank geht an alle unsere Kanalmitglieder, die mit ihrer Kanalmitgliedschaft unseren Kanal Future Whispers tatkräftig unterstützen. In diesem Sinne an alle, die uns wohlgesonnen sind, bleibt wachsam und gesund. Bis zum nächsten Video. Servus, euer Mike. dunkel wie die Nacht, doch Future Whispers hat sie an sich gebracht. Future Whispers, etchode Zeit, wo Prophetie und Wahrheit sich vereint. Viele Zweifel können es nicht sehen, doch intelligente Menschen werden verstehen. Das Erbe Irrmeier ist schwer wie Stein, es mahnt uns klug und wachsam zu sein. Zwischenzeilen der Vergangenheit suchen wir Wahrheit in dieser Ewigkeit. Geheimnisse tiefer Kram in der Erde Irrmeiers Worte mehr als nur Legende vor Zeichen am Himmel klar und rein. Future Whispers deckt auf, was war vor dem Sein? In der Stille der Nacht erwachen Gedanken, Zukunftsbilder, die durch die Zeiten schwanken. Verlorene Wahrheiten von Future Whispers gefunden, die Botschaft in der Vergangenheit neu verbunden. Aufwachen soll die Welt erkennen, dass wir